Hallo, ich bin Jana Widowild, Unternehmerin, Business-Pilgerin und Marketing-Expertin. Und heute habe ich eine etwas provokante Frage an dich. Bist du bereit? Kannst du heute, jetzt, in dieser Sekunde, dein Unternehmen an deinen Nachfolger abgeben? Kannst du ihm die Schlüssel übergeben, die Passwörter, die Bankdaten und kann dieser Nachfolger, der vorher nicht im Unternehmen war, dein Unternehmen führen? Kann angefangene Aufträge zu Ende machen, kann Absprachen ausführen, die du getroffen hast, kann deine Strategie weiterverfolgen? Wenn ja, schalt aus. Der Podcast ist nichts für dich. Wenn du sagst, hm, ich weiß auch nicht genau, möglicherweise, eventuell, vielleicht, ist das noch nicht ganz so, dann hör gerne weiter zu. Und was das mit Marketing zu tun hat, na, da komme ich dann nachher auch noch drauf. Ich habe mal gelesen, dass ein Unternehmen dann gut aufgestellt ist, wenn es sofort heute an den Nachfolger übergeben werden kann und das Geschäft reibungslos weitergeht. Und das ist das Optimum der Unternehmensführung, bedeutet nämlich im Umkehrschluss, Vorgänge sind transparent, Vorgänge sind dokumentiert, es gibt klare Strukturen. Und ja, auch wenn du ein Einzelunternehmer bist, ist ein bisschen Struktur nicht ganz verkehrt. Denk doch nur zum Beispiel an die Ordnerstruktur. Wie ordnest du deine Kunden, deine Kundenakten, wenn ich so nennen darf? Wie ordnest du deine internen Prozesse und Vorgänge? Ist das nachvollziehbar? Kann man das finden? Und die möchten ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, nämlich, wie das bei uns vor vielen, vielen Jahren war, als wir angefangen haben oder als ich angefangen habe. Ich habe einfach angefangen. Ich hatte mir vom Studium her eine gewisse Grundstruktur angewöhnt, um die Projekte durchführen zu können. Projekte sind ja so ähnlich wie Kundenaufträge, sodass man ein und das andere Projekt hat. Und dann da immer die Dinge ablegt. Es ist auch immer ein ähnlicher Ablauf. Ich habe quasi ein Angebot, ein Briefing, eine Einführungsveranstaltung. Dann gibt es diese Umsetzungsphase und am Ende gibt es die Evaluation, Abrechnung, wie du es auch nennen möchtest. Also die Abläufe grundsätzlich sind ja ähnlich bei einer Agentur wie uns. Bei jeder Art von Marketingberatung. Ja, und dann habe ich angefangen, die halt anzulegen. Manche Kunden zum Beispiel habe ich geduzt, Vorname. Habe dann einen Ordner gemacht, der hieß meinetwegen Beate. Kein Nachnamen, nix, weil dachte, ach, zu viele Buchstaben musst du nicht schreiben. Dann fing ich bei Beate an, eben die erste Beratung zu dokumentieren. Die zweite, die dritte. Manchmal habe ich es gar nicht dokumentiert, weil ich dachte, das kann ich mir merken. Das steht ja alles in meinem großen handgeschriebenen Buch. Manchmal habe ich sogar vergessen, das Datum hinzuschreiben in mein großes handgeschriebenes Buch. So weit, so gut. Ich habe das alles gefunden. Für mich war das klar. Auch die ganze Organisation von Mails. Ich wusste, wann ich welchen Kunden eine Rechnung stelle. Ich wusste, was ich mit welchen Kunden vereinbart habe. Und das lief richtig gut. 2006 habe ich gegründet. Also nur für euch. Das ist lange her. Ich hatte die Daten lustig auf meiner damals schweinegroßen Laptop-Festplatte. und habe die immer entweder mit mir rumgetragen. So. Irgendwann wurde die Arbeit so viel, dass die erste Mitarbeiterin kam. Leute, das Mädel hatte es nicht einfach. Wo ist denn der Ordner von Frau Müller? Ich sage, guck halt da. Hier ist doch Beate, ist doch logisch. Kannst du doch finden, musst mich nicht fragen. Nee, ist nicht logisch. Weil andere Ordner hießen dann Dr. Mayer. Da war wieder kein Vorname dabei. Da war es wieder anders sortiert, so wie Dr. Mayer eben strukturiert war. Allein an diesem kleinen Beispiel möchte ich dir deutlich machen, dass ich damals noch lange nicht so weit war, mein Unternehmen an irgendwelche Nachfolger zu übergeben. Das ging überhaupt nicht. Keine Transparenz. Alles lief bei mir zusammen. Alles bei mir im Kopf oder in meinem dicken Notizbuch. Und mein dickes Notizbuch habe ich damals benutzt, um sowohl private Notizen, also mein privates Tagebuch zu schreiben, wie auch dienstliche Notizen. Konnte ich also nicht rausgeben. Und dann schreibe ich nicht immer ganz, ganz, ganz leserlich. Sprich, war ein Unding. Und damals war die Technik auch noch nicht so weit, dass man hätte einfach die Tagebuchseiten fotografieren können. Oder das Ganze auf dem Tablett schreiben. Also, ging halt noch nicht. Und ich habe mich immer sehr gewundert, warum diese Mitarbeiterin nicht performt. und dachte, naja, vielleicht ist es zu kompliziert oder so. Weißt du, was zu kompliziert war? Ich. Ich habe das einfach nicht begriffen, dass ich mein Unternehmen für Nachfolger vorbereiten muss. Und darf und kann. Heute denke ich, dass ich ganz gut aufgestellt bin. Ich habe eine sehr hohe Transparenz inzwischen. Es sind mehrere Menschen in die gesamten Prozesse der Angebotserstellung, die Prozesse der Abwicklung involviert. Ich habe meine wunderbare persönliche Assistentin. Ich habe meine Helfer, meine Mitarbeiter, mein Team, die ganz, ganz viele Aufgaben übernehmen. Ich habe, stell dir vor, alle Daten online auf einer Cloud liegen. Also, auch wenn ich jetzt gerade hier in Neuseeland spaziere, ich kann arbeiten. Wir können alle arbeiten. Trotz dieser, ja, sag ich mal, unschönen Dinge, die da gerade passieren, trotz der Einschränkungen, die wir alle erleben, du ja auch, und die auch dein Unternehmen erlebt. Natürlich sind immer noch Dinge, die ich persönlich regle, die ich persönlich auch mit meinen Kunden bespreche. da darf ich noch ein bisschen was dran arbeiten. Aber was völlig klar ist, und was jeder einzelne Zipfel, jede einzelne Faser in meinem Unternehmen weiß, in Anführungsstrichen, ist die Strategie, wo wir hinwollen. Alle wissen und arbeiten daran, das umzusetzen, was wir umsetzen wollen. Unsere unternehmerischen Ziele sind klar. Unsere Umsatzziele sind klar. Unsere Lieblings- und Wunschkunden sind klar. Unsere Bestandskunden wissen Bescheid, sodass ich, ja, ich sag mal so, zu 80 Prozent tatsächlich in der Lage wäre, mein Unternehmen an einen Nachfolger abzugeben. und was hat das mit deinem Marketing zu tun? Überleg mal, gerade oder vielleicht auch jetzt in dieser Situation, wo es für uns alle nicht einfach ist. Auch wir haben ja bestimmte Auftragsrückgänge. Das ist ja einfach so. Überleg mal, ist der Schritt, den du jetzt tust, was dein Marketing betrifft, ist der dazu geeignet, dein Unternehmen für deinen Nachfolger fit zu machen? Ist der dazu geeignet, für die nächste Generation oder stell dir einfach nicht, vielleicht auch nicht die nächste Generation vor, sondern vor, du würdest heute verkaufen wollen, für den Käufer fit zu machen? Ist es dafür geeignet, den Unternehmenswert zu steigern? Oder denkst du operativ? Sprich, in ganz kleinen Zeitabständen. Das andere, das mit dem Nachfolger, das ist Strategie. Und so beraten wir auch unsere Kunden langfristig, sodass das Unternehmen in deinen Händen oder in den Händen deines Nachfolgers oder Käufers, whatever, lange Bestand hat. Und wenn du die Gesamtentwicklung, ich werde jetzt sehr pathetisch und philosophisch, Achtung, wenn du die Gesamtentwicklung der Menschheit betrachtest, gab es immer wieder, ich will das nicht gut heißen, um Himmels Willen, aber es gab immer wieder Dinge, wie solche, die jetzt passieren. Es ging noch nie so schnell und es wurde noch nie so gut medial begleitet. Ist das ein Fakt? Aber es gab es schon immer. Zu Hause auf dem Marktplatz in Bad Liebenwerda, da steht die heilige Barbara, das Hirtenmädchen, die hat damals vor 500 Jahren die Menschen von der Pest geheilt. An die muss ich ganz oft denken. Nicht nur deshalb, weil ich nicht zu Hause bin. Und deshalb stell all die Dinge, die du jetzt tust. Einmal unter die Frage, würde dieser Schritt mein Unternehmen für den Nachfolger fit machen? Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen sehr, sehr, sehr schönen Tag, einen sorgenbefreiten Tag und einen vor allen Dingen ruhigen Tag. Bleibt mir gesund. Ich wünsche euch alles Gute. Du hast bis hierher gehört. Vielen, vielen Dank. Es scheint mir, dass du ein echter Langzeitpilger bist und du gleich bis Santiago de Compostela durchlaufen kannst. Nee, ist natürlich Spaß. Ich freue mich einfach, dass du da bist. Wenn du mehr möchtest, dann check doch mal unsere Webseite www.widuwild-kommunikation.de Hol dir unsere Inspirationen, Ideen und Marketing, Vorschläge oder auch Beispiele auf unserem Blog. Das ist mein Geschenk an dich. Du musst dich nirgends eintragen. Es ist alles komplett für dich vorbereitet. Und wenn du mal in echt mit mir pilgern möchtest, also so richtig mit Wanderschuhen und windfester Jacke, dann bewirb dich bitte entweder auf unserer Webseite, da ist ein Formular oder du checkst einfach meine Social Media Kanäle Jana, wie du willst und wie du willst Kommunikation auf LinkedIn. Da erreichst du mich auf jeden Fall recht schnell. Also ich freue mich total, wenn wir beide gemeinsam pilgern gehen. Und ich bin echt gespannt, wie wir dein Marketing aufs nächste Level bringen. Sei ganz lieb gegrüßt. Bis bald. Buen Camino und danke. Deine Jana